Ich möchte nun die anderen Ansteuerverfahren für den Vierquadrantensteller betrachten, das heißt hier die gleichzeitige Taktung. Bei der gleichzeitigen Taktung wird UA zwischen Plus UE und Minus UE hin und her geschaltet. Was bedeutet das? Wir haben im Prinzip immer bloß die Schaltzustände 1 und 2, das heißt abwechselnd sind diagonal gegenüberliegende Schalter gleichzeitig eingeschaltet. Das wollen wir uns jetzt nochmal kurz angucken anhand der Verläufe. Zunächst aber kurz nochmal zurück hier zu diesen Schaltzuständen, was das bedeutet bei dieser gleichzeitigen Taktung ist, ich habe hier diese beiden Schaltzustände 1 und 2 und bei der gleichzeitigen Taktung werden wir also nur diese beiden Schaltzustände haben, das heißt entweder sind S1 und S4 gleichzeitig ein oder S2 und S3 und wir definieren jetzt die Zeitdauer, in der S1 und S4 eingeschaltet sind, als die Einschaltzeit, das heißt die Zeitdauer im Zustand 1 und die Zeitdauer im Schaltzustand 2 sei die Ausschaltzeit. Und tatsächlich werden wir hier jetzt eine Pulsweitenmodulation haben, das heißt sagen wir hier der Schaltzustand 1 hat die Dauer D mal T, die Einschaltzeit T1 und der Schaltzustand 2 hat die Dauer 1 minus D mal T sei die Ausschaltzeit. Und wir werden hier per Pulsweitenmodulation hin und her schalten. Das ist jetzt diese gleichzeitige Taktung, wollen wir uns da die Zeitverläufe mal aufzeichnen, das heißt ich habe das hier mal vorbereitet. Hier rechts werden wir die Diagramme haben für die Zeitverläufe, oben in diesen ersten vier werden wir die Steuersignale uns angucken, das heißt im allerobersten Steuersignal für den Schalter S1, darunter S2, dann S3, S4 über eine Periode im stationären Betrieb. Danach werden wir uns angucken die Spannung UA, die jetzt über dieser Last, die wir hier symbolisch wieder als Induktivität und induzierte Spannung nachbilden wollen, haben. Und dann werden wir uns die Ströme angucken, wobei wir hier bei den Strömen jetzt unterscheiden müssen. Wir werden zwei Fälle haben, ich werde zwar in beiden Fällen den Strom Ia dort anschauen, ich werde aber unterscheiden zwischen Motor und Generatorbetrieb, das heißt einmal werden wir einen Mittelwert des Stromes haben, der größer als 0 ist und einmal werden wir einen Mittelwert des Stromes haben, der kleiner als 0 ist. Und das wollen wir uns jetzt angucken über eine Periode, das heißt wie gesagt bei dieser gleichzeitigen Taktung sind immer S1 und S4 gleichzeitig ein. Sagen wir jetzt hier so etwas länger als die Hälfte der Periode, dann sei es, wenn das hier oben ist, der Schalter 1, werde ich bei S4 genau dasselbe haben. Das hier ist also nun die Einschaltzeit T1, D mal T bis zum Zeitpunkt D mal T und S2 und S3 werden natürlich invertiert dazu angesteuert werden, das heißt tatsächlich immer dann, wenn S1 high ist, ist S2 low und umgekehrt, werden wir diesen Verlauf haben für die Steuersignale. Das heißt hier diese Zeitdauer T ausgleich 1 minus D mal T bei dieser gleichzeitigen Taktung. Jetzt wollen wir uns überlegen, was passiert dann in unserem Vierquadrantensteller hier, wie sehen die Spannungen und die Ströme aus. Tatsächlich nehmen wir an, UI sei hier wieder der Mittelwert der Spannung UA, tatsächlich wird es so rauskommen beim Vierquadrantensteller, das heißt wir sind im stationären Betrieb. Wir schauen uns jetzt an, was haben wir für UA, wenn S1 und S4 eingeschaltet sind, kriegen wir für UA die Spannung plus UE, das war ja unser erster Schaltzustand. Und wenn wir den Schaltzustand 2 haben, dann kriegen wir die Spannung minus UE. Das heißt tatsächlich, wenn wir hier jetzt für eine längere Zeitdauer eine positive Spannung haben, wenn wir jetzt hier sagen, D ist größer als 0,5 und dann wird jetzt hier die mittlere Spannung etwas größer als 0 sein. Das heißt das hier ist die mittlere Spannung, UA Mittel und die wird gleich der Spannung UI sein. So wird sich das einstellen im stationären Zustand. Und jetzt können wir uns überlegen, wie die Ströme aussehen. Das heißt, das erste, was wir festgestellt haben hier, ist schon mal für den Spannungsverlauf UA von T, wenn wir ein Tastverhältnis haben, was größer als 0 ist, werden wir eine mittlere positive Ausgangsspannung kriegen. Wie sieht das jetzt aus für die Induktivität? Tatsächlich haben wir hier an der Induktivität, wenn wir dort die Spannung bestimmen, UL ist UA minus UI mit diesen Spannungsbezugsfallen. Das heißt tatsächlich ist das immer sozusagen die Differenz zwischen diesen Kurven, zwischen diesem gestrichelten Verlauf und dem zeitlichen Verlauf UA von T, den wir hier haben. Und dann sehen wir hier haben wir eine positive Spannung. Dieser Abstand ist die positive Spannung an der Induktivität im ersten Zustand. Das heißt, das hier ist UL1 gleich UA minus UI, größer als 0. Und im zweiten Zustand sehen wir hier, dort kriegen wir UL2 ist wiederum UA minus UI, aber diesmal kleiner als 0. Das heißt tatsächlich, in diesem ersten Intervall wird jetzt der Strom in der Induktivität linear zunehmen, im zweiten wird er linear abnehmen. Und tatsächlich müssen auch hier wieder die Spannungszeitflächen gleich sein. Das heißt, was wir tatsächlich kriegen, ist für die beiden Fälle, wir kriegen hier eine Zunahme der Spannung linear während der Einschaltzeit und dann eine Abnahme während der Ausschaltzeit. Also hier ist die Steigung UE minus UI und hier ist die Steigung minus UE minus UI negativ nimmt ab. Und das heißt, wenn I am Mittel hier größer als 0 ist und UI im Mittel größer als 0 ist, dann haben wir hier Motorbetrieb in diesem Fall. Und jetzt wollen wir den zweiten Fall einzeichnen. Tatsächlich könnte es sein, dass abhängig von den Lastbedingungen der Mittelwert des Stromes IA kleiner als 0 ist. Was ändert sich? Hier ändert sich bloß der Mittelwert des Stromes. Das heißt, ich werde einen anderen mittleren Strom haben, aber natürlich die Steigung wird gleich sein und die Zeit dauern. Das wäre dann der Fall. Ich hätte UI kleiner als 0, IA-Mittel größer als 0 und dann haben wir Generatorbetrieb. Und so können wir auch in dieser Betriebsart mit dieser gleichzeitigen Taktung hier unterschiedliche Betriebsarten an der Last hervorrufen. Und wir könnten jetzt auch ableiten, tatsächlich UA-Mittel zu UE wäre 2D minus 1, die Spannungsübertragungsfunktion von diesem vier Quadrantensteuer. Das kann man ableiten mit dem Spannungszeitflächengleichgewicht. Wollen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht machen. Gut, das ist also die gleichzeitige Taktung. Bei der gleichzeitigen Taktung diagonal gegenüberliegende Schalter immer gleichzeitig eingeschaltet. Die anderen beiden Schalter in der Brücke entsprechend auch. Das heißt, ich schalte nur zwischen den Zuständen 1 und 2 hin und her, lege entweder plus UE oder minus UE an die Last an. Und dann kriegen wir hier entsprechende Strom- und Spannungsverläufe abhängig davon, welchen Belastungszustand. Wir haben Achtung, dass ich das jetzt natürlich bloß ein Beispiel, der größer als 0,5 in State, kleiner als 0,5 ist. Dann haben wir eine negative mittlere Spannung an der Last. Und dann ändert sich hier auch das mit dem Motor- und Generatorbetrieb. Dann werden wir nicht hier oben zum Beispiel im Generatorbetrieb und unten im Motorbetrieb. Dann wollen wir jetzt auch noch die sogenannte alternierende Taktung kennenlernen. Was ist jetzt hier anders als bei der gleichzeitigen Taktung? Tatsächlich wird die Spannung UA jetzt zwischen anderen Werten hin und her geschaltet und zwar zwischen plus UE und 0 Volt oder minus UE und 0 Volt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir tatsächlich jetzt drei Schaltzustände haben und nicht mehr nur die zwei Schaltzustände wie vorher. Das heißt, wir nutzen drei Schaltzustände. Insbesondere diese Freilaufphasen werden jetzt hiermit genutzt. Wie funktioniert das? Tatsächlich werden wir wieder die Schalter S1 und S4 mit gleichem Tastverhältnis ansteuern. Aber diese werden nun um eine Halbperiode versetzt angesteuert. Das heißt alternierend. Und dadurch ergibt sich dann ein anderer Verlauf. Dadurch ergibt sich dann der Verlauf, dass wir hier zwischen plus UE und 0 oder zwischen minus UE und 0 hin und her schalten. Abhängig davon, ob wir eine positive oder eine negative mittlere Ausgangsspannung haben. Es wird sich noch ein paar andere Sachen ergeben. Wir werden dann sehen, dass wir zum Beispiel die Verdopplung der Frequenz bezogen auf den Strom in der Induktivität kriegen. Oder um die gleiche Stromwelligkeit zu kriegen, müssen wir bloß mit der halben Schaltfrequenz unsere Bauelemente takten und können damit die Schaltverluste bei gleicher Stromwelligkeit reduzieren. Dann möchte ich jetzt auch hier bei der Ansteuerung mit der alternierenden Taktung bei dem Vierquadrantensteller ähnlich wie bei der gleichzeitigen Taktung die Zeitverläufe ableiten. Das heißt, wir haben jetzt hier oben wieder die Steuersignale für unsere vier Schalter, wie hier links dargestellt. Wir werden hier drunter wieder die Spannung zwischen den beiden Halbbrücken darstellen, die Ausgangsspannung des Vierquadrantenstellers und dann wieder ableiten den Strom durch die Induktivität in den beiden Fällen, dass jetzt der Mittelwert einmal größer als 0 ist und das andere mal kleiner als 0 ist. Bei der alternierenden Taktung werden S1 und S4 mit dem gleichen Tastverhältnis angesteuert, aber zueinander versetzt. Das heißt, hier bei S1 werde ich jetzt hier zum Beispiel so eine Einschaltzeit haben, etwas größer als die halbe Periodendauer. Und entsprechend wird dann S2, der zweite Schalter in der Brücke, invertiert dazu angesteuert werden. Das heißt, ich habe hier wieder die Einschaltzeit d mal t gleich t1 und habe hier die Ausschaltzeit 1 minus d mal t. Was passiert jetzt in der zweiten Brücke? Bei der alternierenden Taktung, wie gesagt, haben wir dieselben Verläufe, nur werden die Schalter im Vergleich zur gleichzeitigen Taktung um eine halbe Periode verzögert eingeschaltet. Das heißt, wir hatten gesehen, bei der gleichzeitigen Taktung S1 und S4 wurden gleichzeitig eingeschaltet. Jetzt wird S4 mit dem selben Tastverhältnis eingeschaltet wie S1, aber um eine halbe Periode verzögert. Das heißt, hier erst für t halbe geht das hier hoch und geht dann dort wieder runter, hier wieder runter und wird dann dort wieder einschalten. Genauso wie hier vorne wird es kurz eingeschaltet sein. Das heißt, wir haben dann auch hier für S4 die Einschaltzeit d mal t. Das gleiche Tastverhältnis wie bei S1 und bei S3 werden wir das gleiche Tastverhältnis haben wie bei S2. Das heißt, auch hier wieder das invertierte Signal zu S4. Und dann sind das unsere Steuersignalverläufe, die wir jetzt bei dieser Schaltung mit der alternierenden Taktung haben. Und jetzt wollen wir uns angucken, welche Schaltzustände haben wir denn. Tatsächlich haben wir jetzt über eine Periode drei unterschiedliche Schaltzustände. Wir beginnen hier sozusagen mit dem ersten Bereich. Jetzt sagen wir hier in diesem ersten Teilintervall sind gleichzeitig S1 und S4 eingeschaltet. Das war wieder unser erster Schaltzustand, den wir ursprünglich hatten. Das heißt, wenn wir hier nochmal zurückgehen zu der Funktionsweise des vier Quadrantenschalters, dann hatten wir genau gesagt, S1 und S4 ein, das ist dieser Schaltzustand 1. Jetzt kriegen wir aber einen anderen Schaltzustand, weil hier jetzt S4 ausschaltet. Und wir haben gleichzeitig S1 und S3 eingeschaltet. Das war tatsächlich der Schaltzustand 3. Und erst wieder nach der halben Periodendauer sind S1 und S4 eingeschaltet. Dort haben wir dann den Schaltzustand 1 wieder. Und dann der letzte, haben wir dann hier den Zustand, wo S2 und S4 eingeschaltet sind. Das ist der letzte Schaltzustand, das ist der Schaltzustand 4. Und wir sehen, wir haben also so eine Abfolge 1, 3, 1, 4. Wir schalten jetzt zwischen drei unterschiedlichen Zuständen hin und her. Jetzt gucken wir uns an, wie dann die Spannung aussieht über unserer Last. Das heißt, tatsächlich sind S1 und S4 eingeschaltet, werden wir die Eingangsspannung UE kriegen an der Last. In diesem Bereich, wenn jetzt S1 und S3 eingeschaltet sind, kriegen wir eine Spannung von 0 an der Last. Wenn wir eine Freilaufphase haben, sind S1 und S4 wieder eingeschaltet, haben wir hier wieder die Spannung UE an der Last. Und sind S2 und S4 eingeschaltet, haben wir wieder die Spannung 0 an der Last. Und wir sehen tatsächlich, wenn wir das jetzt vergleichen, Ausgangsspannung springt jetzt nur noch zwischen den Spannungswerten plus UE und 0 hin und her. Und die Periode dieser Ausgangsspannung ist nur noch halb so groß, wie bei der ursprünglichen Periode, mit der wir unsere Signale generiert haben. Das heißt, mit denen wir unsere Schalter angesteuert haben. Das heißt, wir haben hier eine Frequenzerhöhung. Wir haben hier die doppelte Frequenz letztlich im Ausgangssignalunterhalbierung, sozusagen der Signaländerung. Statt von plus UE auf minus UE nur noch von plus UE auf 0. Was bedeutet das jetzt für die Stromverläufe in der Induktivität? Zunächst gucken wir uns mal an, der Spannungsverlauf UI ist wieder der Mittelwert der Spannung UA, die wir hier haben. Das heißt tatsächlich, wenn wir das so einzeichnen hier gestrichelt, UI, das wird gleich UA Mittel sein. Wir sehen, das wird hier ein positiver Spannungswert sein, sobald das Tastverhältnis größer als 0,5 ist. Wenn wir also hier eine positive Spannung kriegen, genauso wie bei der gleichzeitigen Taktung. Wenn wir jetzt betrachten, ist das hier wieder sozusagen der Abstand zwischen dem durchgezogenen Verlauf und dem gestrichenen Verlauf, die Spannung an der Induktivität. Das heißt, die Spannung an der Induktivität können wir wieder ausdrücken als UL ist gleich UA minus UI. Das heißt tatsächlich wieder diese Differenz. Wir sehen also, wenn UA hier plus UE ist, UI kleiner ist als UA, dann haben wir hier eine positive Spannung in diesem Intervall an der Induktivität, ist hingegen UA gleich 0 in dieser Freilaufphase. Dann haben wir hier die Spannung minus UI an der Induktivität an die negative Spannung und werden damit eine Stromabnahme kriegen. Das heißt, jetzt können wir auch die Stromverläufe einzeichnen. Bei positiven Stromverlauf kriegen wir hier eine Zunahme um den Mittelwert herum, dann eine Abnahme, hier wieder eine Zunahme. Und das wiederholt sich dann jetzt hier mit der halben Periode wie unser Schaltsignal. Das heißt, wir haben tatsächlich die doppelte Frequenz für unseren Ausgangsstrom und haben wir wieder einen negativen Ausgangsstrom. Dann haben wir dieselbe Stromwelligkeit hier, kriegen aber einen Verlauf unterhalb unserer Zeitachse. Das heißt, hier haben wir IA mit kleiner 0 und wir würden dann hier diesen entsprechenden Stromverlauf kriegen. Und damit haben wir dann auch hier sozusagen die Strom- und Spannungsverläufe für die alternierende Taktung uns hergeleitet. Wenn wir jetzt den Fall haben, dass D kleiner als 0,5 ist, hätten wir festgestellt, dass wir zwischen 0 und minus UE nur herschalten und dass dann entsprechend der Mittelwert der Ausgangsspannung kleiner als 0 ist. Aber ansonsten das gleiche Vorgehen hier gerade bei diesem Vierquadrantensteller empfiehlt es sich, das mal selber einfach durchzudenken, wie das funktioniert, wie die Schaltzustände sind und auch einfach mal zu überlegen, welche Bauelemente führen dann den Strom. Wir haben jetzt hier idealisiert, wieder dieses Modell genommen, S1, S2, S3, S4. Tatsächlich beim Vierquadrantensteller gibt es acht Möglichkeiten, wie der Strom fließen kann, acht Stromflusspfade. Also insgesamt, wenn wir IGBTs haben und antiparallele Freilaufdioden, da lohnt es sich mal, das einfach durchzudenken.